Moin Leute, heute gibt es mal ein Entschuldigungsvideo an euch und bevor das beginnt oder ich euch einen Grund erkläre, ist der ehrenhafte Christian dabei. Moin Leute, was geht? Ja, und warum ich jetzt dieses Entschuldigungsvideo mache ist, es geht darum, weil ich habe gestern gesagt, dass ich heute eigentlich ein Star Wars Video mache, also eher gesagt Valentin. Und ja, ich habe halt, also Vali jetzt gemacht, aber bei den Videos ging es ihnen halt so blöd, weil heute, ja was halt passiert ist, was ich darüber nicht sprechen möchte. Und deshalb wollte er es auch, dass ich das lösche, habe ich auch dann, also habe ich noch nicht gemacht, aber ich werde es jedenfalls nicht hochladen. Und ja, deshalb kam es heute nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Ah ja, ich hoffe, euch hat jedenfalls das Stream von gestern gefallen. Und ja, vielleicht kommt später noch ein Video, aber nicht auf meinen Kanal, sondern auf Christians Kanal. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich bin auch fast mit Gott sei Dank. Ja. So, das war es jetzt mit einem kleinen Entschuldigungsvideo. Ich hoffe, ihr könnt, ihr seid meine Entschuldigung einverstanden. Und ja, wir sehen uns vielleicht beim Video von Christian wieder oder beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.